Was bisher geschah... ...gefangen und verloren in einer schwarze, ödige Wüste. Mein Kopf... Was zum... Wo bin ich hier? Es ist alles so still hier drin. Wo sind meine Freunde? Ach du meine Güte! Was ist geschehen? Ich bin noch ganz schön lange unterwegs in eine Wüste zu laufen. Abenteuer fängt jetzt gerade erst an. Aber meine Freunde... Meine Freunde habe ich nämlich verloren. Und... Und deswegen bin ich jetzt auf der Rettungstour. Hä? Was ist das denn? Hier ist ein Berg? Oder so ein Hügel? Das muss ich mir nachsehen. Alter! Das ist ja eine gewaltig große Welt. Vielleicht sind dort hier Charaktere überall verstreut. Hm... Das kann ja nur eins bedeuten. Und zwar... Nämlich... Dieser... Engelsmonster-Dämonen. Aber ich weiß nicht wie das so richtig heißt. Aber ich muss darauf rausfinden. Nun denn... Auf geht es! Das Abenteuer beginnt! Eines großen Dinosauriers! Und jetzt! Und jetzt. Das hier ist auch ein Hügel. Ich weiß nicht wie das. Ich weiß nicht wie das. Aber ich weiß nicht wie das nicht. Wie gehts. Also, hier sind wir auch noch ein paar paar Hügel.